Ich bin du. Dann... Willkommen zu Rainbow Six Siege mit allen... ... außer Bernie auf Café, das du helfst. Im Rank. Tag. Zwitscht ohne Tod? Eine Reinforcement könnte ich dann noch im... ... Gefrierkeller brauchen. Wir brauchen hier noch eine, Junge. In der Hauptstadt. Junge? Ja, der Random macht hier gerade. Wir brauchen definitiv die hier. Das ist die wichtigste Land. Machst du noch den Gefrierdings zu, Sub? Die Tür oder wie? Die Barrikade, ja. Oder möchtest du die auflassen? Die machen, glaube ich, schon das Fenster hier auf. Ja, die machen das Fenster schon auf. Weil dann, wenn da einer reinkommt, wäre das echt schlecht von meiner Position hier aus. Naja, Bug oder so ist hier am Fenster. Ja, das hat definitiv noch backgeklungen. Das ist die Skeletone. Drohne in der Bäckerei. Ich kenn mich mit den Gräuschen aus. Eine Yokai ist am Fenster platziert. Die andere packe ich am Haupteingang oder in die Bäckerei. Wo wollt ihr sie haben? Gute Frage. Schönen Frost. Ich pack's im Haupteingang. Die Fenster sind Glas und noch einer. Ja, der Haupteingang ist offen. Twitch ist direkt neben dem Haupteingang schon. Das ist gejokite. Glas. Kannst du die holen, Kopa? Die ist komplett gejokite. Die ist direkt da unten an der Treppe jetzt, Kopa. Die war komplett drunk. Ich weiß nicht, ob sie immer noch drunk ist. Links in die Ecke. Da hab sie. Sie standen nur, wo man nix hat. Ihr Glas ist hier noch im Zwischengang. Meine andere Drohne am Fenster ist tot. Ich geh mal wieder mit der Drohne weg. Glas ist noch am Fenster. Pass auf. Nicht pieken, nicht pieken da. Ich bin da. Ich bin mit Yokai da drin. Ja, Glas ist hier in dem Raum. Hat mich, hat meine Yokai. Ich hab keine Yokai mehr jetzt. Ist da in dem Raum, Kopa. Vorraum hier in der Küche. Ash ist im Gang bei der großen Tür. Fuck. Hätt ich kriegen können. Das war Docapi. Docapi, ja. Und Glas war da hinten bei der Bäckerei. Fuck. Flash. Haupteingangstür, Kopa. Guckt nicht nach hinten. Guckt in den Raum gerade. Glas im Zwischenraum. Kommt jetzt zur Tür. Haupteingangstür rechts, Kopa. Immer noch. Die aus Linkstür. Glas ist Bäckerei. Ich mach Haupteingang dicht. Guckt auf die Camp los. Schön, Alter. Das war ne schöne Runde. Das war ne schöne. Ja, die Callouts waren alle super. Wirklich feinste Klasse. Dankeschön. Das ist easy peasy lemon squeezy. Hat er dich getroffen, Kopa? Nee, glaub nicht. Aber spätestens wenn er da reinkommt, hätt's Boom gemacht. Also von denen her. Ja. Tausendmal berührt. Tausendmal berührt. Tausendmal berührt. Tausendmal berührt. Aber das war echt geil. Und so mit Echo. Die Twitch saß einfach nur rum. Hat nix gemacht. Wirklich. Der hat einfach gewartet, dass sie wieder... Ich hab drei Ladungen auf sie geballert. Die steht einfach nur rum. Hat versucht auf ihr Lieben klar zu kommen. Ich hab ihr den Rücken perforiert. So oft bist du gekommen. Ja. Der Typ ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber sehr aggressiv. Der ist halt sehr frontal. Als auch da ein Smoke war. Relativ frontal ans Fenster und so. Unser random. Jaja. Find the biohazard container location. Na, ich finde echt gefallen an Echo. Hm, auch nicht mal mit mir. Mit mir lehnen. Wenn ich den normalen Spielen. Mit mir lehnen. Mit mir lehnen. Mit mir lehnen. Wenn ich mal counten war. Vielleicht aber auch. Kein Ding ist der Junge hier. Echo ist auch nicht schlecht. In dem Sinne. Weil... Ich wollt grad sagen, dass auch... Vor allem mit seinen beiden Yokais jetzt. Du kannst zwischen den beiden Yokais so easy switchen. Was das geile ist. Ich wollte halt sagen, er ist... Eigentlich wollte ich sagen, er ist richtig gut. Und dann wollte ich sagen, nicht schlecht. Nur weil ich kurz davor zu sagen, Echo ist auch richtig schlecht. Richtig schlecht. Ja, also mit seinen beiden Yokais ist echt nice. Du kannst zwei Eingänge deffen. Und Echo hat ziemlich entspannte Waffen. Emyra wird sich wohl in den Raum da rein platzieren. Ich spiel ihn gerne. Weil seine MP ist zwar gesilenced automatisch. Aber die ist trotzdem ziemlich nice mit Echo. Oh, wenn die Kamera das... Wenn die meine Drohne da nicht sehen. Dann ist es dann ein Traum da. Hm. Die Echo-Made-Waffe lässt sich echt smooth kontrollieren. Hat auch ne gute Secondary und so. Ihr Damage-Output ist halt nicht so gut. Aber naja. Ja, die ist halt deswegen. Du musst einfach die Köpfe rollen lassen, ne? Hm. Genau. Du weißt, wie es wird. Was hat er gesagt? Die Köpfe rollen. Die lassen so. Ich wurde entdeckt. Wahrscheinlich mit Valkyrie-Cam. Ja, hier ist, äh, kaputt. Ähm. Wird ihre Camper irgendwie rausgeworfen. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. Okay. Also wir müssen aufpassen, ob die von da oben runter dronen. Ich mach da auf, Daniel. Oh. Der hat gerade aufgeschlagen. Hätte ich zwei Sekunden früher geschossen. Guck mal kurz in meine Drone. Äh, Frost in der Ecke links gewesen. Ich hab drei. Nice, ey. Frost wurde... Da wird auch der Frostbarte drunter sein. Ja, ich hab drei Le... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hm. Oh, ich hab allen Seiten gerade genagelt. Ja. Von hinten, von vorne, von oben. Ganz oben ist Lesion. Hm. Geh mal unten rein. Oh, fuck. Die wissen, dass ich hier bin. Das ist nicht gut. Oben, Daniel. Treppe. Ah, no. Oh, hab ich schlecht. Oh, oh. Links, go. Auf der Treppe. Auf der Treppe, Jungs. Das war nicht gut. Schön. Der Blackbeed war für richtig geilen Job. So, schön. Ey, Legion war draußen. Ihr könnt vielleicht den Raum pushen. War vorhin oben. Ja, da ist ein Treppenhaus gewesen. Ah, Frostfälle. Treppehaus, Treppenhaus. Er kommt links. Der hat er. Ja, hat er. Good job, mate. Really good run, Alter. Hat er, der Typ ist richtig nice, ne? Der hat sich jetzt mal gemacht, die Runde, ja. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, ich hab's leider nicht verstanden. Oh, 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 oh. Wir haben ihn alle über seine Aussage geredet. Wahrscheinlich hat er sich bedankt, weil ich hab ihn heute gelobt, ne? Aber das war eine Hammerrunde von dem... 4Kills, ja. Der hat da ein Fenster so hart rasiert mit Blackbeard. Wenn du mal was anderes spielen willst, also du sagst Bescheid, dann brotier ich notfalls mal. Ist okay. Kuba macht Luke. Lass deine eine Reinforcement hinten an der langen Wand im Nebenraum am besten. Dann mach ich die komplett dicht. Äh, ping das mal. Ja, da wo... Ja, hier. Ah, das war richtig. So, der Kabin ist gesperrt. Kannst du gleich hochlaufen. Hm, wenn ich mal auch da das... Die werden mich da bestimmt pushen oben, also falls du keine nabst. Oh, ne, die Vakerycam. Ich komm da mit ne Yokai mit hoch. Machst mit ne Vakerycam. Ja, ich wollt's ja da eigentlich auch machen, aber naja, egal. Ich will jetzt nicht die Vakerycam zu bekommen. Ey, rennst du mal hoch? Schau mal, ich mach die kurz weg, Bernd. Rennst du hier hoch? Egal, mach's die kaputt, ich krieg's die nicht weg. Ne, ne, ich mach's die nicht kaputt. Mach's die kaputt, ist egal. Ne, ne, ne. 10 Sekunden. Die werden mich da eh oben pushen, deswegen... ...wenn sie schlau sind. Deswegen kann ich da nicht lange peeken. Ey, wir müssen da hinten noch ne Barrikade setzen, Daniel. Mach nochmal, geh nochmal in den Nebenwassungen. Da ist noch eine Wand offen. Was ist das denn? Nisoo, ich kann einfach raufschießen. Alles gut. Ich bin oben mit ner Yokai. Hm. I appreciate the help. Aua. Reloading. Nicht weiter hinten aufmachen, guck mal, weil da hab ich ne Yokai an der Decke. Okay. Ja, die pushen mich. Ist Geo-Kite? Ist hinter am Klavier? Er sprayt? Du kannst ihn pushen. Er ist nicht mehr Geo-Kite? Doch, ist immer noch. Scheiße, er hat dich drunk weggemacht, ey. Okay, wir haben ein Problem, das ist Fuse. Nein, der kommt mir nicht raus. Kann einer der Shit wegmachen? Das ist nicht unseres. Jungen, denkst du, ich dachte du redest mit jemand anderem und ich wusste nicht, dass du meinest, ich hab nicht mitbekommen, dass er drunk ist und hab ich ihn gefacet. Das war mir wirklich nicht klar, dass er drunk war, sonst wär ich nicht weggelaufen. Alles gut. Oh fuck. Oh, safe. Das war halt echt wasted, weil ich hab halt versucht wegzulaufen, weil ich dachte ich kann ihn sicherlich nicht facet. Fuse ist drunk oben und ist jetzt hinten zur Treppe gelaufen. Zu der Treppe, oder was? Ja. Alter, sie haben alle Camps getötet, ey. Alle normalen Camps. Ich wollte entdecken. Oh, unten. Nein, nein, nein. Oben und unten. Meine Seite. Fuse und das im Drunk-Modus. Ist Fuse hackt der irgendwie? Warum läuft der im Drunk-Modus auf mich zu und killt mich? Keine Ahnung. Ich hab die Yokai oben noch. So, guck was Gott. Von wo? Irgendwo aus dem Kamin und schießen sie mich an. Ja, ich kann dir glaub ich grad nicht helfen. Von oben? Oh, ne. Oh, nicht. Oben ist der. Ne, nebenraum, nebenraum. Ach, wo kein Winkel? Schön. Frost. Grad, wenn wir. Ja, halt durchsorgen… Oh, das ist risky. Oh, hohoho. Oh, hoffentlich stirbt das noch. Fuck. Von oben, von oben. Ne, ne, oben ist ja nichts. Wie gesagt, ich schau' doch die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit im Eco-Drohne, da ist nichts, gar nichts. Wir sind im Kamin, die haben irgendwie voll den Assi-Winkel im Kaminzimmer. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Ja, Dani halt einfach durch. Halt einfach den Kamin. andere seite twitch kommt vom nebenraum ist noch nicht da ich sag wenn sie reinkommt guckst du an uns zu langen kamin um oh nein schade von mir hätte ich jetzt aufm schluss gucken müssen das war mein fehler da habe ich mich da gezeigt das war nicht gut reise ein bisschen das schild gegangen da war doch ein schild von mir da war kein schild mehr sonst wäre ich dahinter da war keins mehr und parkgasse ja das schild von da wurde durch die views hat zwei leute im dranken modus weggemacht und er ist drank auf mich zugelaufen und hat mich gekillt ja die runde hätten wir holen können glaube ich weil meinen meinen mein tod am biblio ist leer die sind bahn nein Du hast ihn leider nicht getroffen, aber du hättest ihn das Nüßchen weggebraten, ey. Vorhin ist auch einer, genau, hat oben aufgemacht und da rausgeballert. Fake, spielen sie diesmal nett. Da oben ist wieder was kaputt. Nee, der hat nicht angeschossen. Achso. Oh, Quatsch. Alles gut. Oh, what the fuck. Der steht doch da. Aha. Mann. In dem Raum? Ja, direkt an der Tür. Oh, da ist Legion durchgelaufen. Mann, was ist denn heute los hier? Verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Das stimmt ja nicht. Das ist auch voll zerstört. Wollt ihr mich verarschen? Ja, der ist auch geradewegs im Raum. Bullshit, Mann. Hat den Echo noch schön angehittet. Irgendwas ist aufgegangen. Na, unten ist einer rein. Hier, hopp, was kaputt geht. Hier ist, ist da jemand, wo du die ganze Zeit hinschaust? Polz ist bei mir hier. Ich sehe da keinen. Nee, ich check noch ein bisschen. Ja, weil du wartest da jetzt und ich denke mir, ist da irgendjemand oder so. Nö, aber da kommt gern auch mal später noch einer rein. Das kann nicht wahr sein, wir kriegen den nicht mehr. Polz ist immer noch hier links in der Ecke. Wenn ihr da irgendwie durchsprayen könnt durch eine Barrikade, ist das weg. Ist jetzt weg, Cooper. Also hier durchs Fenster kommen wir gerade noch nicht rein. Ich habe vier Guh-Dinger zerstört. Das ist das Problem. Da ist oben meine Mario. Ja, da oben Treppe. Müssen. Ja, ihr müsst. Ich sehe nichts, ich weiß noch, wo ich hier reinkomme. Glass hat komplett gesmoked. Ich habe nichts gesehen. Glass hat komplett gesmoked. Wir sind alle verletzt. Glass hat komplett gesmoked. Ich habe gar nichts in der Ecke. Das war halt richtig scheiße jetzt, wirklich. Glass hat die Smokes uns genau in den Weg geworfen. Die Neger hatte ich da in der Ecke, wo der gerade stand, ganz am Anfang mal angeschossen. Und er hat sich nicht ein einziges Mal gezeigt. Er hat wirklich voll Defense gemacht, dass da einer reinkommt in den Kamin. Da er wohl etwas zentral bleibt, hätte ich wohl bestellen müssen. Wohin ich rotiere mal. Ich bräuchte Support da oben. Wenn wir das da oben halten, dann kann er da auch nicht fusing. Das ist so mein Punkt, was ich mir gerade denke. Machen wir so. Ja, bleibt gut, oder nicht bewegt mich. Hier, das halt... Ich komme doch mit dir hoch. Ich meine, ja, Echo kann auch countern, weißt du? Ja. Ja, gut. Deswegen, dass er mit Echo halt in der Nähe chillt mit seiner Drohne, auch countert. Machen wir mit mir wieder die Wand dahin, Klipper. Ich bin schon dabei. Sehr gut. Du kannst schon eine Barrikade setzen, sonst... Ach, dann machst du die... Ah, kitzschwunig, kitzschwunig. Mirrorfenster geht auf. Ja. Ich glaube, leider voll verhängt. So, ich würde nicht direkt in dem Raum sein, das ist, glaube ich, ein bisschen zu gefährlich. Na, die machen hier auf im, äh, Dingsraum daneben. Ach, du deckst mich vom Floor? Kaminrauchen. Ja, haben es aber von unten erstmal reingeschossen. Ich habe es aber ziemlich offen. Fenster wieder. Du hast doch den Flur gerade guckt, oder nicht? Rappeln rein. Ist gejörgweit. Jetzt kommt er noch im Klavier. Okts. Blind. Sehr schön, sehr schön. Wir haben eine Granate hier reingeworfen. Du deckst den Flur. Granate. Wir sind noch am Raum hier. Ich fahre mit der zweiten Brune runter. Wo genau sind die jetzt gekommen? Ah, am Fenster, ok. Fenster. Ja, hinten am Fenster sehe ich einen. Hier ist noch mehr Jung. Hier ist der Brune. Ja, da kommt Schildkucker. Oh, hab ihn easy. Die zweite Brune ist auf jeden Fall schon mal gone. Wir haben echt Glück gehabt, dass keiner bis jetzt von Gang gekommen ist, Jung. Ja, die wissen aber, dass ich hier hocke und ich kann nicht weg. Rapid noch einer hoch, Kopa. Es rappelt noch einer. Halt dich bereit bei mir da? Aber deck so lange den Flur. Deck so lange den Flur. Ich sag dir, wenn er reingeholt. Ja, mach ich. Wir machen das hier sehr gut. Wir baiten die, wir wasten Zeit und wir killen sie, was wirklich sehr gut ist. Okay. Die Brune kommt vom Fenster da angefahren, Daniel. Na, die wissen eh, dass ich hier hock. Bin so ein harter Marsch hier. Aber es ist gut, dass du Fuse geholt hast. Hauptfenster ist Blackbeard. Ich jokere ihn, wenn er da rein. Im Kaminzimmer ist einer. Na, da macht er mit Jura fünf. Hast du das? Im Kaminzimmer ist er? Da kommt einer im Gang. Ach so, unten im Kaminzimmer. Hier ist Twitch. Unten im Flur. Guck mal, geh schon mal langsam runter. Wir sollten noch runtergehen langsam. Ich kann halt nicht in meine Kamera gerade gucken, glaube ich. Kann ich auch. Kann ich doch. Ja, die ist immer noch da an der Tür. Die ist genau da auf der Nachbarn. Genau. Eine Drohne an der Haupttür bei euch unten. Sub, Daniel. Ja, hinter dem Gerät habe ich die kurz lang gehen sehen. Äh, hier ist einer im Nebenraum. Der ist gejukheit. Den könnt ihr hier pushen. Der liegt in der Ecke. Genau gegenüber von dir, Daniel. Jetzt scharf links. Scharf links. Scharf links, Daniel. Na, warte mal. Da ist noch ein Blackbeard. Blackbeard ist da auch noch. Ah, scheiße. Komm, hier zwei Leute. Nein, das gibt doch. Wir sind doch plötzlich nichts. Wir sind doch eigentlich heute nichts. Puh. Oh, Alter. Ich bin schlechter als Berli heute. Ich bin kotzen. Ich liebe Echo. Kommt schon. Kommt noch, Daniel. Das war auf einem Phase. Meine erste Ranked-Runde war auch richtig scheiße. Da in dem... In dem... Wie hieß das? Achts, Mann. Ich hasse... Wie hieß die, Matt? Freizeitpark, genau. Und jetzt habe ich auch... Bahn haben sie verteidigt. In dem Raum haben sie gewonnen, Angriff. Das heißt, sie können überall noch sein, ne? Ja, Bahn haben sie verteidigt. Das heißt, sie können Biblio oben oder Küche. Fuck, mein iPhone. Kermite wäre, glaube ich, besser für Küche, oder? Deutlich besser. Wenn man drauf pokern, dass Küche kommt. Ja, aber... Sonst... Ja, gut, wenn sie... Sonst war's Waste. Ach, Quatsch. Oben ist Hibana auch nicht so wirklich viel besser. Und das Einzige wäre Biblio. Biblio kannst du auch. Ja, Küche. Ne, Küche. Gut gemacht. Biohazard-Catainer-Low-Kirchen. Das müsste ich aber das hier wissen. Ach, come on, Alter. Hm. Ach. Oh, Bäckerei, ne? Ich hab beim Backendon gegen hier ist das ziemlich gute Vertical Destruction und so. Lesion Mine ist im Flur bei der Pappgarage. Auf dem kleinen Teppich, der... Oh, nee, jetzt haben wir veräumt bei dem Öerfenster. Das war bitte. Ah, ist echt gut, dass man ein paar Gas inzwischen zornen kann, ne? Ist cool. Hier wäre vielleicht sogar Hibana besser gewesen, wenn man da nicht in den Raum rennen muss. Da ist ein Öerfenster, da ist aber komplett dicht. Ah, hier wäre Hibana definitiv besser gewesen. Nein, die Wand mit Fernwand aufmachen ist doch viel, viel besser. Nein, weil ich in den Raum rennen muss. Aber die Wand hat das Hibana-Fenster auf. Ja, und der Raum ist komplett leer. Ja, Hibana-Fenster. Du kannst ja, Daniel, du kannst ja von der anderen Seite reinkommen. Komm mal zu mir, zu diesen Seitenfenstern. Und da kannst du dann reingehen, ohne von dem Öerfenster erwischt zu werden. Wenn du geduckt läufst, wenn du dich hinlegst und so. Und hier im Gang sehe ich keinen Konter. Nee, ich auch nicht. Also, du kannst zünden, Daniel, Theorie. Obwohl, das ist gefährlich, ne? Das Öerfenster ist offen, die kann ich von rechts sehen. No risk, no fun, das ist mein Motto. Das ist jetzt wirklich risky gewesen, Alter. Risky as fuck war das. Aber eigentlich kann ich drinbleiben, ich Idiot. Oh. Oh. Nee, Dani, komm her, komm her, komm her. Komm zurück, nicht fighten, mach hier auf. Da ist die Mirror, dann ist die Deckung der Mirror komplett weg. Ja, jetzt muss die, die Star, die Star, die in der Ecke. Oh, hab sie nicht gesehen. Hab sie nicht gesehen, die liegt hinterm Tisch. Oh, ich heiße Mist. Ja, könnte klappen. Yes. Nein. Was? Doppelkill. Holy fuck. Composure, Composure. Egal im Raum. Alter, da kann ich keine Composure schreiben. Hinten, äh, äh, Gefrier, Gefrier. In der Ecke. Da. Lige. Schön. War vielleicht der letzte im Raum, nicht safe. Letzte im Raum. Nice. Nice, Leute, ey. Und das müsste Gold für Sub sein. Echt? Ich wohr Silber. Stimmt, der war Silber. War 2, ich hab mal Silber 1. Ich wohr Silber 1. Gold für Sub, oder? Ich hab nix gesagt, um keinen Druck zu machen für mich. Boah, der Double Grenade Kill, ey, wie geil. Ich hab immer noch den Raum Sound. Den, den, den Container Sound. What? What? 10 Kills? Gold. Nice. Good Job Sub, Alter. Ich bin draußen, wenn ich mich übersehen, uns. Ciao. Alter, sorry, ich komm gerade nicht so auf klar, dass ich 10 Kills habe. Das ist echt dumm. Hab ich nicht gemerkt. Aber, what the fuck, Alter. Ich hab's wirklich nicht gemerkt. Die ganze Runde nicht. Gut. GG Sub. Danke an den Random. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Part. Bis dann und ciao. Bye. Tschüss.